Es ist wieder Update-Zeit, nämlich für eure Meta-Quest. Das Update 62 wird jetzt gerade aktuell ausgerollt und das Ding ist pickepacke voll. So viel möchte ich gerne schon mal vorwegnehmen. In diesem Video möchte ich euch kurz und knapp die neuen Funktionen vorstellen, die ihr mit dem Update bekommen werdet. Aber habt Obacht, die Updates werden immer in Wellen ausgerollt. Das heißt, der eine von euch bekommt es vielleicht schon morgen und der andere erst in sechs Wochen. Und selbst wenn ihr das Update bekommen habt, kann es sein, dass die eine oder andere Funktion gar nicht mit drin ist, die ich euch jetzt hier gleich vorstellen werde, weil die Funktion dann auch nochmal in Wellen ausgerollt wird. Aber sei es drum, irgendwann werden wir alle Funktionen natürlich erhalten haben und welche Funktionen alle in V62 drin sind, das zeige ich euch jetzt. Die erste neue große Funktion sind Spatial-Videos. Ja, diese 3D-räumlichen Videos von der Apple Vision Pro. Aufnehmen könnt ihr diese Videos mit dem iPhone 15 Pro und Pro Max. Ja, es war ja so ein Alleinstellungsmerkmal für die Apple Vision Pro, dass man so 3D-Videos aufnehmen kann. Und die könnt ihr natürlich immer noch mit dem iPhone aufnehmen, gar keine Frage. Aber sie könnt ihr jetzt auch mit der MetaQuest 3 abspielen. Ja, und dafür müsst ihr einfach nur eure App benutzen. Also wenn ihr ein iPhone 15 Pro oder Pro Max habt und ihr habt so ein Video aufgenommen, dann ladet ihr einfach mit der Meta-App dieses Video in die Cloud von Meta. Und wenn ihr dann euer Headset aufsetzt, dann findet ihr dieses Video in euren Dateienordner. Und schwupps könnt ihr es euch anschauen, in 3D natürlich. Jetzt habt ihr aber kein iPhone 15 Pro oder Pro Max und sagt, hey, ich will das aber gerne mal sehen, wie schaut denn das überhaupt aus? Ich habe zum Beispiel auch noch ein iPhone 14, ich kann es leider nicht ausprobieren. Aber Meta hat uns ein paar Beispielvideos in den Dateiordner gepackt. Und dort könnt ihr euch dann auch mal Spatiel-Videos anschauen, also wie das Ganze dann aussehen würde. Und vielleicht möchte der eine oder andere ja dann sagen, oh, das ist ja relativ cool. Ich glaube, ich brauche ein iPhone 15 Pro. Nein, ich finde es gut, dass Meta auf jeden Fall ein paar Beispielvideos mit reingepackt hat. Also, wenn ihr die V62 drauf habt, dann schaut mal in den Dateienordner. Ich werde das auf jeden Fall machen, weil ich möchte es mir auch mal anschauen. Und dann kann man jetzt ganz, ganz bequem sich die Spatiel-Videos anschauen. Es gibt ein Update für eure Gamepads. Ja, standardmäßig könnt ihr natürlich den Xbox-Controller benutzen. Das ist gar kein Problem mit der Meta-Quest via Bluetooth oder USB-C. Jetzt gehen auch Playstation 5 und Playstation 4-Controller. Sagt Meta zumindest. Und noch on top könnt ihr die Dinger jetzt auch im Quest-Browser benutzen. Also nicht nur bei der Xbox-App zum Beispiel oder wenn ihr was side-geloadet habt. Nein, auch im Quest-Browser wird jetzt das Gamepad unterstützt. Und wie gesagt, die Sony-Controller funktionieren ebenfalls jetzt systemweit. Früher konnte man ja Livestreaming machen mit der Meta-Quest, nämlich auf Facebook. Und Meta hat ja das Feature irgendwann gestrichen. Und viele haben es vermisst und mit V62 kommt dieses Feature wieder zurück. Also ihr seid dann wieder in der Lage Livestreaming durchzuführen. Leider nicht auf YouTube, aber auf Facebook. Und während ihr dann zockt, wird auch der Chat mit eingeblendet. Und Leute können natürlich dann auch tippen. Also Facebook Livestreaming ab sofort mit der V62 wieder möglich. Der YouTube-Chat für Livestreaming ist jetzt für alle User verfügbar. Vorher war das noch in der Beta-Phase, musste man sich anmelden. Mit V62 kann das jetzt jeder nutzen. Aber habt Vorsicht, wir reden hier nur über den Chat. Nicht über das Livestreaming selber. Also das muss man nach wie vor über OBS lösen. Also ich muss das zum Beispiel machen mit dem Google Chromecast. Aber es ist jetzt möglich für jedermann dann den Live-Chat, während man spielt, sich einblenden zu lassen von YouTube. Das ist natürlich sehr, sehr cool, weil da braucht man die Brille nicht immer abnehmen. Gucken, wer hat was getippt und so. Oder wenn man zum Beispiel ein Rätselspiel macht, dann könnt ihr direkt tippen. Hey, guckt mal in die Kiste rechts links, guckt mal um die Ecke. Da geht es dann weiter. Finde ich sehr, sehr cool. Werde ich natürlich auf jeden Fall ausprobieren. Es gibt eine neue Geste fürs Hand-Tracking. Ja, nicht eine neue Geste, sie wurde ein bisschen überarbeitet. Ihr kennt das, wenn ihr Hand-Tracking benutzt und haltet so den Zeigefinger und den Daumen zusammen. Dann erscheint ja dieses kleine Menü, wenn ihr zwei Sekunden das Ganze hier zusammendrückt. Und dann könnt ihr ja zentrieren, ins Menü springen und so weiter. Und dieses Menü wurde jetzt wegrationalisiert. Ihr müsst jetzt nur noch kurz antippen und schon erscheint die normale Leiste vor euch, wie ihr sie aus dem Home kennt. Wenn ihr das Ganze jetzt gedrückt haltet, dann zentriert ihr. Also im Kern ist das jetzt ganz normal, die Meta-Taste. Wenn ihr aber das kleine alte Quick-Menü vermisst, könnt ihr das wieder zuschalten. Also Meta hat das nicht ganz wegrationalisiert. Es ist noch da, es ist jetzt nur abgeschaltet. Also wem das neue nicht gefällt, der darf gerne weiterhin das alte nutzen. Also ab sofort, zack. Und wenn man festhält, dann zentriert man. Viele von euch haben über das Mikrofon geschimpft, dass das nicht so toll ist auf der Quest 3. Ja, und ich muss euch recht geben, es ist wirklich nicht toll. Es macht ja immer solche Popping-Geräusche und so weiter. Und die sollen jetzt behoben worden sein. Also man hat am Equalizer ein bisschen geschraubt. Man hat das Ploppen versucht rauszubekommen. Es soll jetzt viel, viel besser funktionieren. Ebenfalls wurde eine Stummschaltung, also ein kleiner Bug, behoben. Weil zwischendurch wurde wohl irgendwie einfach das Mikro stumm geschaltet. Wir haben das gar nicht mitbekommen auf Systemebene. Ich weiß es nicht, mir ist es nie passiert. Und jetzt hat man eine Eingabeaufforderung mit eingebaut. Das heißt, wenn euer Mikrofon stumm geschaltet ist auf Systemebene, aber eine App möchte aufs Mikrofon zugreifen, dann bekommt ihr eine Eingabeaufforderung. Ich gehe mal davon aus, dass es so ein kleines Fensterchen oder so, was euch darauf hinweist, hey, das Mikro ist aus, aber es soll gerade benutzt werden. Also am Mikro wurde geschraubt. Das müssen wir uns natürlich nochmal genauer anschauen, wenn das Update dann endlich aufgeschlagen ist, ob es wirklich merklich besser geworden ist, weil es ist ja wirklich eine kleine Schwachstelle an der Quest 3. Okay Leute, wenn ihr mit eurem Mikro nicht zufrieden seid, dann drücke ich euch jetzt ganz, ganz fest die Daumen, dass die Probleme mit V62 alle behoben worden sind. Mixed Reality hat auch wieder ein Update bekommen für die Quest 3. Und ihr kennt das, wenn ihr Mixed Reality nutzen möchtet, dann kann die Quest einen Raum abspeichern, also wo ihr dieses Gitter macht, diesen ganzen Raum scannt. Ja, und wenn ihr dann den Raum wechselt, dann müsst ihr das Ganze wieder machen und geht ihr wieder in euren Ursprungsraum zurück, dann dürft ihr es wieder machen und wieder und wieder. Ihr kennt das Problem. Mit V62 ist die Meta-Quest jetzt in der Lage, 15 Räume zu speichern und das soll laut Meta auch richtig zuverlässig funktionieren. Und die Quest wird sich jetzt auch besser merken, wenn der Raum nicht mehr ganz so aussieht wie vorher, also wenn sich ein Stuhl verrückt hat oder ein Tisch oder so, dass ihr nicht sofort wieder aufgefordert werdet, alles neu einscannen zu müssen. Also in Zukunft dürft ihr jetzt 15 Räume speichern, das sollte eigentlich reichen für eine normale Wohnung und wie gesagt, es soll alles nicht mehr ganz so, ja, penibel sein, wenn ihr mal das eine oder andere umstellt. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass jetzt alle Mixed Reality Fans, ja, mehr spielen können als Raum scannen müssen. Meta führt mit V62 App Community ein. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und das betrifft 2D-Apps. Die 2D-Apps möchten sich jetzt in Zukunft merken, wo ihr wart, wenn ihr wechselt und wieder zurückspringt, damit ihr an der gleichen Stelle weiter arbeiten könnt oder weiter Videos schauen könnt oder was immer ihr gerade gemacht habt. Also das Ganze ist jetzt eine Multitasking-Verbesserung. Muss man natürlich selber auch mal ausprobieren, ja. Ich weiß nicht, mit wie vielen Apps es funktioniert, also wie viel kann man öffnen, ja, dass irgendwann vielleicht die erste dann doch irgendwie in den Keller verschwindet, weil man noch 5, 6 andere benutzt hat. Aber ihr könnt jetzt, wie gesagt, 2D-Apps benutzen, könnt dann in VR reinspringen und wenn ihr wieder zurückgeht, dann seid ihr immer noch da, wo ihr vorher gewesen seid in der 2D-App. MetaQuest Link, ja, das alte Oculus Link ist gemeint, hat jetzt endlich ein Update bekommen. Lange, lange ist es her, dass MetaPC Link überhaupt Updates bekommen hat und das erste große Update ist 120 Hertz. Also auf der Quest 3 werden jetzt 120 Hertz unterstützt und auch offiziell werden jetzt alle NVIDIA RTX 4000 Karten unterstützt. Dann gibt es noch ein neues Feature für PC Link, nämlich USB Automatic Link Connect. Das bewirkt, falls ihr mal zwischendurch getrennt werdet, aus irgendwelchen Gründen noch immer, dann werdet ihr automatisch direkt wieder mit eurer App beziehungsweise eurem Spiel verbunden. Hand Tracking, Eye Tracking, Face Tracking, Body Tracking mit der MetaQuest Pro, all das ist jetzt auch in OpenXR mit eingebunden, also kann jetzt auch mit PC Link benutzt werden. Und im Großen und Ganzen soll das Ganze jetzt wieder stabiler laufen, besser laufen. Ich bin gespannt, weil mein Link läuft seit Quest 2 überhaupt nicht mehr. Also Air Link, ja, kann ich überhaupt nicht benutzen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe schon alles probiert, also, ne, die App runtergeschmissen. Ich habe mittlerweile ein neues Headset, die Quest 3, genau dasselbe, ja. Es funktioniert nicht, es jiggelt bei mir total, aber es ist ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, PC Link hat jetzt ein großes Update bekommen. Wie gesagt, 120 Hertz könnt ihr jetzt nutzen auf der Quest 3. Die RTX 4000er Serie von NVIDIA wird jetzt offiziell unterstützt. OpenXR unterstützt jetzt Hand Tracking, Body Tracking, Face Tracking, habe ich was vergessen? Eye Tracking für die Quest Pro. Also, das kann jetzt alles genutzt werden. Und man muss sagen, ja, schön, dass Meta auf jeden Fall mal wieder ein bisschen am PC Link rumschraubt, weil PC hat man ja echt ein bisschen liegen lassen seitens Meta. Da muss man ja mal ganz, ganz ehrlich sein. Ja, vielleicht kommt an demnächst noch ein bisschen was. Es sollten ja mal gleiche Homes werden und so. Das ist ja bis heute leider nicht passiert. Aber schauen wir mal. Ja, das sind alle neuen Funktionen, die ihr mit V62 bekommen werdet. Ich glaube, es ist für jeden irgendwie ein bisschen was dabei. Für die Mixed Reality Leute auf jeden Fall, das mit den Räumen, das ist mega, 15 Räume. Wer hat schon 15 Räume, also da solltet ihr auf jeden Fall mit hinkommen. Ja, YouTube Live Chat für mich, mega. Vielleicht gehe ich dann endlich mal wieder live mit der Quest, weil dann macht es ja auch Sinn. Weil dann kann ich ja lesen, was ihr schreibt, oder ihr euch wegschmeißt, wenn ich wieder super spiele und so weiter. Also YouTube Chat finde ich sehr, sehr cool. Für den einen oder anderen vielleicht auch Streaming auf Facebook, wieder eine Alternative. Wer keinen YouTube Kanal hat, einfach mal so ein bisschen was für die Freunde streamen möchte. Sehr, sehr cool, dass Facebook das wieder zurückgebracht hat. PC Link hat endlich ein Update bekommen. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich die V62 habe, ob dann endlich wieder alles bei mir vernünftig läuft mit Erlink und Co. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was anfangen mit dem Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe es euch alles vernünftig erklärt. Und wenn ihr die V62 schon drauf haben solltet, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr ausprobiert habt, was ihr toll findet, was nicht so toll funktioniert. Zum Beispiel Spatial Videos. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf, mir die mal anzuschauen. Auch das könnt ihr natürlich ja mal hier unten reinschreiben, wie ihr das gefunden habt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Werde mir natürlich alles durchlesen, natürlich auch alles beantworten. Jetzt möchte ich euch noch auf unseren Discord-Server einladen. Wir sind mittlerweile über 1000 Member stark. Ja, join. Gerne ist eine super tolle, große, chillige VR-Community. Der Link zu unserem Discord natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung zu finden. Oder einfach weare-discord.de eingeben. Zack, bekommt ihr eine Einladung. Ja, und bei uns auf dem Discord können wir natürlich auch noch ein bisschen über das Update quatschen. Würde mich natürlich auf jeden Fall freuen. Ja, jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß mit den neuen Funktionen. Halt zum Ballbuch, dass alles vernünftig läuft beim Update. Und ein Hobby natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen.